Das muss ich aufnehmen. Hallo. Wunderschön. Man hört dich wieder. Hallo. Alles gut. Aber du bist nicht im Spiel, was ist da los? Ich bin im Spiel. Ich muss Inji spielen. Aber nicht bei uns. Warum nicht? Weiß ich nicht. Dann komm ich gleich wieder. Ich wechsle nur gerade erst. Okay. Wechsle gerade Charakter und dann komm ich wieder. Was spiel ich denn? Ich spiel so einen Pirat, glaub ich. Oh, ich hab ja einen neuen Pirat. Ich mach Pümpelmeister. Pümpelmeister? Spreche! Pümpelmeister. Spreche Pümpelmeister-Spiel. Jetzt fängt wieder an zu lenken. Einfach schön. But it shows you the same way as zu einem Ge noise guard. Giffey, und man sieht die Monobraue beim Elektriker gar nicht. Okay, der hat ja auch einen dreifach Schuss. Zu gut. Ähm, mit Freunden spielen, Honeyball. Ah, oh Gott, Revion. Hey, hi. Oh mein Gott. Oh, wir passen doch wunderbar zusammen. Ja, nice, ne? Ich bin Elektriker. Eigentlich hab ich ne Monobrau, die sieht man nur unter meinem Hut nicht. Ich hatte gerade 6,9 CPU. Das ist ja nicht. Franz ist gut, ne? Oh mein Gott. Oh mein. Oh mein Gott, ist das sexy. Danke. Ich hab extra so einen Anzug angezogen. Hab ich nicht, ich hatte doch auch. Moment. Oh mein Gott, Franz. Ach du Scheiße. Du hast einen Fisch vor den Augen? Ja. Mein Bart ist aber auch toll, oder? Der Bart ist großartig. Ich werde viel Mühe gegeben, den einzeln zu rasieren. Deine Augen finde ich auch so hypnotisierend, weil die sich alle immer ein bisschen drehen. Cool. Aber die Waffe fetzt. Oh ja, oh ja. Also den nehm ich so. Oh, jetzt kommt er, jetzt kommt. Le Trefion. Oh mein Gott. Hallo. Oh nein. Geil. Du bist halt so erotisch, hier zwei, ey. Ja. Trefion, auf drei die drei drücken. Eins. Die drei? Ja. Eins, zwei, drei. Achso, warte. Achso, warte. Wuuuuh. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein, Party. Nein. Okay. Wollen wir spielen? Ich werde dann mal eine Karte auswählen und Abkabwein gehen. Ja, wir hätten ja sowieso hier. Achso, warte mal. Ich kann ja mal hier Zombie, äh, Ja, kauf nur ruhig. Ich, ich tue schon mal hier. Ne, die, die Zombie-Quests annehmen. Die habe ich nämlich noch nicht. Achso, ja. Ich habe ja nicht mehr so viele frei, deswegen habe ich jetzt mal einfach welche genommen. Moment, ich muss auch mal gerade gucken. Oh, oh, hi. Ich habe noch welche offen. Ja, irgendwas halte ich auch noch offen, aber ich glaube, das war mit dem Wissenschaftler. Hallo, nare Landebarsches. Okay. Man hört im Hintergrund nur diese Maisdose kratzen. Das war mein letzter Mais. Aber ich muss noch acht Dosen kaufen. Wie Isa mit den Fingernägeln in der Dose so. Wurstmais. Im dritten gesammelten Brettchen gibt es ein viertes Brettchen gratis. Man kann vier von den... Wie viel Mais soll ich denn essen? Ja, das war mal acht Dosen. Ist das deine Daily Quest? Nee, du sollst nur die Dosen kaufen und wegwerfen. Für Brettchen. Ich mache das, ich kaufe da ab. Oh Gott, das haben wir mal gemacht als Kinder. Die Bretter sind voll schön. Pömpelmann. Das Spiel noch leiser als vorher. Das macht mich völlig fertig. Habt ihr wenigstens wieder Musik? Ja. Ja, noch. Also jetzt gerade. Bislang ja. Ich muss das nochmal... Ich mache Teamspeak einfach noch leiser und das ist für mich lauter und muss das in der Aufnahme später belegsen, ey. Okay. Hoffentlich denke ich dran. Nein. Bin ich nicht. Ani, bollmann, versteht dich gar nicht. Man versteht die Anani, du bist so lauen. Du jetzt. Besser. Ach, verzaubert. Warte mal, hier. Oh mein Gott, verzaubert, ja. Das ist ein Sondergarten. Ja, endlich mehr Geld. Wenn das dem dann so entspricht mit mehr Geld. Na klar. Wäre nice. Boah, hier in einer Basis. In einer Basis, ne? Andere Schwerkraft. Oh ja. Oder die Limousine. Oh, hier drin nicht mehr. Wie scheiße. Ja, da drin nicht, leider. Aber wenn wir hier draußen kämpfen, dann... Ui. Ne, wir müssen hier drin wahrscheinlich kämpfen. Oh mein Gott, guckt euch diese Gemälde an. Die sind Gemälde. Diese Gemälde. Guckt euch diese Gemälde an. Wie cool. Oh, hier drüben. Oh. So, so großartig. Der reitet auf einer Ziege. Oh mein Gott, der Schrei. Okay, wie geil ist das bitte. Lauter, lauter berühmte Gemälde im Zombie-Style nach. Alter, wie gut. Ich möchte dich an der Wand haben. Brainfart of the Year. Guck mal. Oh mein Gott. Hier. Hier. Brainfart of the Year. Oh mein Gott. Oh, schön. Ja, wie gut. Wie gut. Oh, schön. Das andere ist Zombos Inc. Okay. Oh, hier drüben haben wir auch noch was. Zombos Inc. Und dann... Brainfart of the Year Trophäe gibt's auch noch. Alter, ist das toll hier. Das ist schon echt cool. Oh, das kostet einen Stern oder was? Ja, weil es ein Verzauberter ist. Ich mach das mal. Okay. Schatten. Schatten. Und die kriegen wir dann irgendwie alles viel geiler und alles ist viel cooler. Na klar. Alles kostet. Hast du mal Heilung oder soll ich? Ich hab Heilung. Du kannst aber auch gerne. Ich hab jetzt schon mal Geld bekommen übrigens, soll ich schon mal nebenbei erwähnt haben. Mr. Toasty, alles klar. Wir sind pritzelnd. Der ist pritzelnd. Hat der jetzt total abgefahrene Dinger hin. Ja, der Temmer, der ist gut. Robo Boxer. Geil. Uah. Oh, hier unten sind auch noch welche. Spottet, hier kommen noch welche. Ach du Scheiße. Kommen die auch hier unten rum? Ding, ding, ding. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich überall. Und die ganzen Öffnungen halt. Die Pflanzen wachsen. Kann ich nicht anders machen. Oh, die Pflanzen kommen tatsächlich von hier unten. Oder? Oh shit. Jo. Hi, ihr Pflanzen. Hi. Hi, hi, hi. Nee, die kommen hier oben. Kommen oben. Bei Van Gogh und Co. Ja, das ist hier einfach wieder mal voll scheiße. Nice. Oh, hier kann man auch noch was pflanzen. Ich mach das mal schnell. Oh, da hinten sind ganz viele. Trefion macht das schon. Der ist auch nicht auf dem Kopf gefallen hier, der kleine Wicht. Wir haben nur noch 19 Lebenspunkte. Alles gut. Dieser Pirat ist so langsam. Bis ich da bin, habt ihr alles getötet. Das stimmt, das ist echt doof. Aber ich bin auch extrem lahm, also von daher. Oh, Geld. Du kannst doch mit deinen Papageien fliegen. Oh, Geld. Oh, Münzen, Diamanten. Wirf das Ding einfach Münzen ab. Ja, jede Runde. Geil. Das ist wie damals der Spezialgarten. Ja. M-m-m-m-m-multi-kill. M-m-m-m-m-m-m-multi-kill. Kill. Okay. Ja, ja, ja! Oh Gott! Oh, au, 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 au. Ah, das macht Spaß. Lalalalalala-heilungsdingens. Also die Pflanzen springen hier hoch. Äh, stell mal hinten am Pult auch noch so ein Heilungsdingens auf. Oh, 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 das macht Spaß, Entschuldigung. Uh, die haben vorsicht. die musik richtig ab ist bei mir auch noch uhr plötzlich total laut ja weißt du wenn sie da ist laut wenn sie nicht alles wir können sich nicht entscheiden was es mit der lautstärke bei mir machen wir müssen ihn aufhalten diesmal dürfte kaputt machen oder macht ein bisschen bereichsschaden da muss ein bisschen aufpassen der wird sowas von weg ist auf meiner kanone meine kanone auf mir im moment nein ich sehe nichts ich spüre nichts ich detoniere ich detoniere nicht du bist du bist du bist trotzdem detoniert brauchen wir sonst noch irgendwo hilfe also noch ganz viele ach du heilige ich habe nur noch 18 lebenspunkte zwölf acht hier oben sind schon pflanzen moment hier anstatt an den garten zu gehen hält die sich hier an der ja die sich da aufgeräten im grunde sind kaktus aber eines schon durch die arschköpfe was macht das alles tot oh das ist der nahkampfangriff alles klar alle tot ja haben wir schon alle tot ich bin raus hier tschuie sehr gut ach mir gefällt das gutes spiel richtig gut oh mega viel geld gutes spiel hier hinten ne falls ihr das sucht hier hinten ist heilung ach wer braucht heilung oh die kommen unten aus der mitte der gesellschaft ich bin tot wow NEED HELP ich habe auch gar kein Schaden bekommen das hat mir DANKE die Raketen die Kaktussen sind danke ich habe hier drin jetzt auch verringerte Schwerkraft ich weiß nicht warum ich muss hier mal weg oh 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 ok wo sind die wo sind die irgendwie überall aber hier nicht irgendwie ansonsten überall Nachwarten von dem dauert es so lange aah das sind so viele von dem dann ne Rosenbitch Grabstein 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 nu du Rosen schlappwitsch zu welchem gehst du hin ich geh hin ich bin gleich sowas von tot ich bin gleich sowas von tot ich bin ah ich bin tot ich komm hier nicht weg selbst wiederbeleber Bitches ich kann mich nicht bewegen aah Lauft Franz komm Oh mein Gott ich bin eine Ziege Meeee Das Problem ist sie sind auch im Multiplayer OP die Teile hi Rosen viel zu viele Rosen Oh 2 Lebens Punkte Gute Nacht なada Aber sonst gehts euch gut Ween hab geschlossen weiss Warum nicht ä äh Super Da ist scheinlich was durchgekommen. Scheiße. Ui. Geh mal kurz ein bisschen recken und da kommt schon die nächste Welle. Nein, Dave, du musst nicht. Please not. Please no, Sonnenflower. Come on. Ja. Ja. Das ist gut. Oh, fuck. Scheiße. Oh, Gott sei Dank. Warum nicht Geld? Okay. Dave, ist dein Shrimp wieder ready oder so? Oh, ich habe die Bohnen gefunden. Vielleicht wird der verladen, der süßen Kleid pustet im Liebchen. Ich habe die Böhne. Die Böhne hat mich auch. Vor ist eine Kakteen. Ich habe die in den Bauch. Scheiße, Rose, ich bin tot. Ich hasse Rosen. Ich pflück nie wieder welche. Du sollst ja auch nicht pflücken. Mami, ich habe noch zwei Lebenspunkte. Ich verpiesel mich, ey. Kommt. Na, Herr, nicht. Ich detoniere. Alles klar, jetzt geht es ab. Okay, die Laserbohne hat mich schon getötet. Mein Lebenspunkt ist sehr wenig. Ich bin neben der Laserbohne detoniert. Ich habe, glaube ich, nichts gemacht. Kann ich bitte einen Roboter haben? Dankeschön. Aber ich kann auch mal einen Roboter gebrauchen. Ab geht die Party. Böhnchen. Böhnchen, das Böhnchen gibt ein Töhnchen. Oh, ich werde dich schön weg, weg immer. Ich glaube, aus dem Bogen dreck ein bisschen nebenbei. Oh mein Gott, kannst du bitte zu mir kommen? Ich treffe nichts mit diesem Piraten. Das ist schrecklich. Dieses Ding hier hat halt nur acht Schuss und dann lädt er gleich nach. Ah, Mann, scheiß Portalfotzviech. Wo ist dieses Böhnchen? Portalfotzviech? Bona, bleib da. Nein, jetzt ist die da weg. Komm, die da in meine Reichweite. Oh, die sind im Garten. Und dann muss ich mich um den Garten kümmern. Oh, ich hab's. Ja. Moment. Und boom. Und boom. Oh Mann, das ist scheiße. Oh nein, sie hat sich geportet. Hinter mich. Oh Gott. Was? Oh mein Gott. Das ist eine scheiß Brone. Oh, die ist ja aggressiv. Mann, ist die aggressiv. Ey, chill mal, deine Basis. Alter, alles ruckelt. Ich seh nix. Ahaha. Das geht einfach ab, grad. Piu, piu. Loll. Ich explodiere gleich. Ich detoniere. Ah, Tacke. Bin detoniert. Na, Böhnchen, willst du sterben? Oh, da hinten lebt noch ne Kacke. Kacke. Ne 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 Kacke. Ja, das ist perfekt. Okay. Nice. Das war echt nicht schlecht. Wo steht ein Heilung-Kon? Ganz hinten. Ganz hinten. Ah, ich seh, ich seh, ja. Heilig Schmerz. Das ist ein gute Heilungs-Ding. Ist gut, dass man das hier packen kann. Hier ist das schön. Hier steht das ein kaputt. Echt schön sicher, ja. Alter. Lol. Oh. Holy Fickaroni, das war doch ganz schön bisschen abartig. Das war richtig. Da haben sie uns richtig rangekriegt, die Schweine. Oh, die sind aber nah gespawnt hier. Ich wollte gerade sagen, die sind hier drinnen. Grasshoid. YOLO. Oh, das töten sich. Momomomomomomomomomomomomomolchi. Ah, die Bohne, die Bohne, die Bohne, die Bohne, die Bohne, die Bohne. Was, schon wieder? Also, nicht so eine Bohne, sondern so eine andere Bohne halt. Achso. Eine von den Erbsen geschmissene Bohne. Ich komme gleich durch wir uns. Sehr gut. Oh, ich bin ja auch gleich gut. Hier in Deckung! Hier in Deckung! Hier in Deckung! So gut ich kann! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich renne! Ich renne! Oh! Das ist... Boah! Oh mein Gott! Heilige Scheiße! Oh nein! Der Garten! Der Garten! Ja, er wird angegriffen. Ich bin schon wieder unbeschlossen worden. Wieso, Drehfjörn? Reiß dich zusammen, Soldat! Au! Ich bin eine Ziege! Bäh! Mäh! Hätt ich's nicht besser sagen können. Hätt ich's nicht besser sagen können. Hast du was? Ach, schön! Du, das war spaßig! Jaa! Bitte mehr davon! Oh Gott! Da kommt die nächste Welle! Neeo! Neeo! Ach, meine Haare eigentlich! Oh Gott, die sind schon direkt unten! Ja, ich seh's! Im Flur! Das auch! Oh! Ach, du bist ja auch die Franzung! Ach, easy! Mensch! Schnapper! 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 Oh ne Bordel dreht vor direkt neben dir! Meinst du die? Ja, die meinte ich. Kannst du die nicht aufheben? Ich mach schon. Oder mach Isa. Ich bin gerade dabei. Ich halte ja ein bisschen mehr aus. Moment! 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 Ich detoniere! Und alle weg! Und... BOOM! Nice! Rutsch grad die Treppe runter! Dann rutsch die Treppe runter! Dann, 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 dann! Wie gut bitte! Das ist ne Rose! Ich komme roserisch! Die Musik! Jetzt haben wir sie! Jetzt haben wir sie! Oh yeah! Rose tot! Rose tot! Da unten sind noch mehr Rosen. Mir werden noch mehr Rosen angezeigt. Wieso werden wir mehr? Ich finde das nicht gut, wenn mir mehr Rosen angezeigt werden. Wo denn? Ja, ich hab sie erwischt. Dieter und Schild, die macht nix. Die bewegt sich nicht. Die bleibt da einfach stehen. Ich schieß einfach. Die dumme... Ich hab sie getötet. Sie war Brain-AfK. Die war einfach... Ne, die war AfK. Die war Blatt-AfK. Die war Blatt-AfK, genau. Die hat gelieft! Die hatte Legspikes. Die hatte Legspikes. Geschenk! Oh! Es ist keine Falle, sagt er. Nur dann? Okay, dann öffnen wir Daves Geschenk. Oh, Geschenke! Presence! Presence! Wo genau ist denn das? Da unten. Und hier ist drin... Oh, das sind... Oh, er hat mir Blumen geschenkt. Ah, das ist aber schön. Hier drin ist... Ich hab Kraut bekommen. Oh, Geld! Geld! Wow! Wieder Blümchen! Dave weiß, wie man eine Frau verwöhnt. Mit Geld? Mit Blümchen! Oh shit, ich bin gleich tot. Oh mein Gott! Ah! Ah! Level 3! Was geht hier ab? Was geht hier ab? Hier drin waren nur ein paar Blumen. Haben wir alle... Ja, also ich... Irgendwo lebt noch irgendein... Ja, ist gut. Ja, ich musste grad noch das abschießen, was aus dem Geschenk rausgekommen ist. Ekel erregen diese Geschenke, manchmal. Uh, Diamonds! Oh nice! Du kannst bestechend. Ah... Ah, das geht ja schon weiter, warum? Ich geh mal nach rechts! Diamonds are forever! Ah, die kommen auch schon wieder direkt von unten aus dem Flur. Ich will Pusteblumen spielen können, die sind total süßig! Die sind so süß. Ich hoffe, die kommen einfach mal irgendwann als Klasse. Ja, aber das sind mal immer... Ich würde 2,50 Euro für ein DLC bezahlen. Ja, ich auch. EA. Ja, blöd, sag doch sowas nicht. Kann man bestimmt dann auch erspielen mit In-Game-Währungen. Und dann ist alles gut. Das hat aber auch bei der SAP schon nicht geklappt. Worauf schießt'n der? Oh, hi, guten Tag. Na boah. Na boah. Na boah, tot. Ja, das ist schon wieder so ne Liva-Rinn, ey. Gut. Wo ist denn der Rest? Findet ihr die? Hallo. Oh, guck mal. Wir haben ja einen Krenz vor dieser Scheiß-Forge. Das war so gut. Das war so gut. Auch mit dem Gesicht zu... Ah, ein Traum. Geht euch heilen, das ist die letzte Wette. Glaub ich. Ja. Oh Gott, da kommt dieser Clown auf mich zu. Ah. Und jetzt Geld. Geld. Und noch mehr Geld, Diamanten. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Geld, 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 Geld. 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 Yes. Nice. Jetzt macht er das gleich nochmal mit Diamanten, hab ich gehört. Ja, erstmal mit den Säckchen. Oh. Oh. Das ist kein Sack. Doch, das ist ein Sack. Okay, oh. Oh, oh. Das ist auch ein Sack. Aber wenigstens keine Feuerpflanzen-Typen. Ich weiß ja nicht, ob das so viel besser ist. Rose! Oh, das ist Rose. Gansen Roses? Wo sind hier Gansen Roses? Das sind die Gansen Roses. Aha, versteht ihr die Gansen Roses? Mega, Isa. Du hast heute echt voll drauf. Ja. Ich wollte gar nicht das Fass sein. Jetzt bin ich das Fass. Hallo. Hallo, Wuschel. Hi. Du kannst doch früher detonieren, wenn du willst. Ich will gar nicht detonieren, weil hier ist ja nix. Rechts kommt der Baum jetzt. Ah, der glitscht damit! Ist das denn für der Arschloch? Und... Boom. 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 It's time for a special mechanism. Because it's a mech. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad wo sei es doch dort 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 versteht ihr bei wegen konnte ich habe gefunden ja er ist alle sieben runtergefallen in alle rein auch scheiße ein schnapper 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 ich hab noch sieben lebenspunkte leben am limit leben am limit kann das geld am garten abholen ja mach ich ja voll gut jetzt müssen wir weg also weil wir den grabstand verteidigt haben kriegen wir noch mal 1200 das ist nicht normal jetzt mich ganz normal kurz ich muss mit dahinten ist die lande so alles klar wo ist es draußen ja ja sehr gut dann können wir ein bisschen die sport ja schon alles was es gibt ja die haben wahrscheinlich ihre ihre ganzen samen hier gelassen als sie gestorben sind das ist ja das wird ja immer heftiger hier dahin zu kommen ist ja gar nicht so leicht ganz weit aus dem faktus draußen vorsicht bei diesem übel die kacktee ja ich muss aber jetzt wirklich langsam hin okay hier sind wir ich lass mal ganz schnell eine heilblume das ist das ist eine gute idee also pflanze bot heil bot ich geh in den anzug oh du hast den rückblick noch krasser typ ja den finde ich aber übrigens nicht so toll was hast du denn was hast du denn so klein was geht jetzt hier ab ja ich habe es auch mitgekriegt von wo kommt dann dieser damage wo kommt dieser damage so eine sonnenblume lasert mich das ist von wo ist die zitrone gewesen alter ok knuddeln und wow haben wir lange gebraucht und jetzt kommt ja alter raus hier sofort danke eieieieiei dieser klauen einfach schön ja einfach grund von grund auf hübsch einfach sexy bist du erotisch ja auch schminken kann ich jetzt money bitte oh 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 wow das machen wir nochmal